Hi. Willkommen bei Kids with Love. Heute steht hier der große Video-Shoot an, für den wir gestern uns schon vorbereitet haben mit Bügeln etc. Gleich kommen die ersten Mamis mit ihren Kindern und wir werden mal sehen, ob wir heute guten Content für euch schaffen. Let's go! Nächste Woche ist meine erste Schulstunde. Oh, das ist aber aufregend. Ja. All over the hills bringing darkness from above. Okay, wir müssen ja immer ein bisschen leise sein, weil die gerade shooten. Aber, ich glaube, Sitzsäcke und unsere Babydecke sind im Kasten. So gut wie. Und es gab Wassermelon. Besser geht's doch nicht. Was sonst noch so passiert ist, wie die Ergebnisse ausschauen und was die Kinder uns so erzählt haben, seht ihr in den nächsten Folgen. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal. 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 Mal.